Hallo liebe Faserfreunde und herzlich willkommen hier bei Everything Fiber. Schön, dass du wieder mit dabei bist und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christina und hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Fasern. Ich stricke, ich webe, ich spinne und ich färbe. Und in meinen Folgen möchte ich euch darüber berichten, was gerade aktuell auf meinen Nadeln ist, was ich fertig gestrickt habe, aber auch über Projekte berichten, die ich für die Zukunft geplant habe. Fangen wir gleich an. Altbekanntes Projekt, der Nurtured Sweater von Trier René Knits. Ich habe einen Ärmel fertig jetzt bei meinem inzwischen fünften Nurtured Sweater. Ist eine lange Geschichte, ihr könnt euch gerne, für alle, die das, die sie noch nicht kennen, meinen Videos, ich verlinke es hier, euch oben anschauen, wo ich erzähle, warum ich jetzt schon den fünften stricke. Ich habe ihn ein bisschen modifiziert dieses Mal, und zwar habe ich beim Bündchen das Bündchen zweifärbig gestrickt. Ich habe auch den italienischen Anschlag verwendet. Das ist jetzt eigentlich für Pullover zum Beispiel mein liebster Anschlag. Also inzwischen kann ich ihn auch schon, ohne dass ich eine Anleitung brauche, weil es ist jetzt nicht einfach nur ein Anschlag und dann wird losgestrickt, sondern man macht den Anschlag auf der Nadel und dann muss man zwei Setup rein stricken, damit man dann endlich mit dem Muster beginnen kann. Also ganz einfach ist er für das 1x1 Rippmuster, aber funktioniert auch ganz toll für das 2x2. Da muss man nur die Maschen ein bisschen vertauschen am Anfang, aber es funktioniert wunderbar. Wie gesagt, ein Ärmel ist fertig, den zweiten habe ich noch gar nicht angeschlagen. Das ist so ein Nebenbei-Projekt, dass ich immer mal wieder stricke, auf das ich zurückgreife, wenn ich jetzt gerade irgendein bisschen, was soll ich sagen, was Ruhigeres stricken möchte. Also das Muster ist ganz einfach zu stricken. Und nachdem ich jetzt endlich einen gestrickt hatte, der mir gepasst hat, also Nummer 4, hat super gepasst. Leider ist der in die Waschmaschine unabsichtlich gewandert und hat sich leicht verfilzt, aber dieses bisschen verfilzen hat leider schon gereicht, dass ich mich darin nicht mehr wohl gefühlt habe. Also er war ein bisschen eng und auch von der Struktur her. Er war nicht so weich und luftig, sondern eben wie verfilzte Sachen sind. Es war ein eher kompaktes Gewebe und das hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Ja, der Nurture Sweater von Andrea Murray. Ich stricke ihn mit der Wolle Drops Lima und zwar ist das Grüne die Farbe Oliv Mix 0705 und das Blau ist Meeresgrün Mix in der Farbe 9018. Ja, mein ewiges Projekt darf auch in dieser Folge nicht fehlen. Das zweite Projekt, das ich auf meinen Nadeln habe, ist der Slanting Slipover von Anne Wenzel. Den habe ich schon angefangen, jetzt fallen mir hier gerne die ganzen Wollen runter. Und zwar sieht der so aus. Also er wird von oben nach unten gestrickt. Ich komme ein bisschen zurück, dass man das Ganze sieht. Also er wird von oben zurück, von oben nach unten gestrickt. Zuerst wird dann Vorderteil, Rückenteil einzeln hin und her gestrickt und unter den Achseln wird dann in die Runde zusammengeführt, vorne und hinten und dann weiter gestrickt. Mir fehlt jetzt noch ein bisschen, mir trennen sich da gerade die Maschen auf, obwohl ich da diesen Stopper habe. Der hat sich da aber irgendwie gerade verselbstständigt. Kurz mal drauf, so. Ja, also mir fehlt noch ein bisschen Stückchen Muster und dann noch das Bündchen unten und dann ist er fertig. Es ist ein ganz einfaches Muster auch. Inzwischen brauche ich auch keine Anleitung mehr dafür, weil es sind vier Reihen Muster, die sich wiederholen. Und inzwischen weiß ich, welche Reihe gehört. Also ein ganz tolles Projekt. Ich stricke es mit der Regia Tweed. Das ist eine Vierfach Sockenwolle. Das ist die Farbe Nr. 90, ist 70% Wolle, 25% Polyamid, 5% Viskose und hat eine Lauflänge von 400 m auf 100 m. Und zwar halte ich zwei von diesen Strängen gemeinsam mit der Dropskid Silk. Das ist die Farbe Nr. 44, nennt sich Moonshine. Das ist 75% Moher, 25% Seide, 25 g mit 210 m. Also wie gesagt, zwei Stränge von der Regia mit einem Strang Moher halte ich zusammen. Und das ergibt dann eben diese Konsistenz oder dieses Strickgefüge. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich mir zum Beispiel diese Strickanleitung gekauft habe, ich bin dann immer so, ich lese sie mir dann einmal durch, wenn ich sie habe, um zu schauen, aha, wie ist das? Meine Maschen haben sich schon wieder aufgelöst. Ich finde diese Maschenstopper sehr toll, aber ich habe sie mir, glaube ich, nur für kleine Nadelstärken besorgt. Ich glaube, bis drei, die gibt es in verschiedenen Größen, ich habe sie mir nur bis drei besorgt. Und das ist die Nadelstärke 4,5 und da hält das nicht wirklich oben. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, also wenn ich mir eine Strickanleitung kaufe, dann lese ich sie mir mal durch, was wird für Wolle verwendet, Maschenprobe, wie schaut das Muster aus, wie wird es gestrickt. Und ganz oft denke ich mir dann, okay, keine Ahnung, wie das gestrickt wird. Also wenn ich mir diese Strickanleitung durchlese, so Masche nach Masche, Zunahme, Abnahme und Drehen und was weiß ich, was da immer alles drinnen steht, denke ich mir immer, okay, ob ich das schaffe, das hört sich ziemlich schwierig an. Und ich muss dann aber sagen, es ist dann zu 99 Prozent so, wenn ich dann wirklich angefangen habe zu stricken und ich gehe das dann eben Schritt für Schritt mit meinem Gestricke durch, dann ist alles klar, was da steht. Dann ist es klar, okay, jetzt muss ich zunehmen, jetzt muss ich abnehmen und dann ergibt das für mich auch einen Sinn. Aber diese Strickanleitung einfach nur so zu lesen, ich habe da nicht die Vorstellungskraft, damit ich das Strickstück dann schon sehe vor mir, was ich da machen muss. Also es ist immer ganz oft, wie gesagt, dass ich sage, puh, das wird schwierig, ob ich das schaffe. Und im Endeffekt ist die Anleitung, also das Stricken selber dann so ganz einfach easy peasy und super schnell erledigt. Hinterlasst mir gerne in den Kommentaren, wie es euch da geht, ob ihr da gleich wisst, was zu tun ist und ob ihr das auch ohne etwas wirklich in der Hand zu haben, um das eins zu eins quasi gerade zu übersetzen, ob das für euch möglich ist. Ich kann es nicht, aber wie gesagt, wenn ich dann dazu stricke und das vor mir habe, dann ist das ganz super. Ja, das waren eigentlich meine zwei Projekte, die ich auf den Nadeln habe. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu viel anzufangen und auch nicht zu viel vorzuplanen, was jetzt zum Beispiel Wollekauf betrifft, weil meistens, wenn ich irgendwo ein tolles Strickmuster sehe oder Strickanleitung sehe und ich möchte das stricken, dann bin ich schon dabei, im Internet nach der passenden Wolle zu suchen, welche Farbe, wie, was, wann. Und ich habe, glaube ich, drei oder vier komplette Pullover in meinem Wollsteisch liegen, die ich stricken wollte, aber die mir im Moment nicht gefallen. Und es ist jetzt einfach schade, die Wolle liegt im Moment und ich weiß nicht, ob ich sie irgendwann je verwenden werde, vielleicht für irgendein anderes Projekt. Also wenn ich eine Strickanleitung finde, dann schaue ich natürlich zuerst nach, was habe ich zu Hause? Habe ich vielleicht die passende Wolle und kann die verwenden? Natürlich muss ich sie dann auch in der richtigen Menge haben, beziehungsweise habe ich dann auch schon mal nachbestellt, wobei das dann nicht mehr schwierig ist, ob man die richtige, das, wie nennt sich das, auf Englisch als Stylot, also es wird in einer, eine Wolle wird in einem gefärbt und wenn man Pech hat, ist es dieselbe Färbung, aber mit dem nächsten Durchgang nicht mehr hundertprozentig die gleiche Farbe. Und deswegen sollte man auch immer schauen, wenn man mehrere Wollen bestellt, dass die aus derselben Färbung kommen. Das sieht man, wo habe ich das jetzt? Genau, es steht auch immer oben bei der Wolle. Also hier zum Beispiel sieht man die Farbe, hoppala, und daneben steht Dylot. Das heißt, dieses Dylot sollte immer dieselbe Nummer haben, wenn man jetzt einen, natürlich wenn man nur einen Knäudel für ein Projekt braucht, ist es egal, aber bei einem Pullover, wo man mehrere braucht, sollte dieses Dylot immer übereinander einstimmen, weil es eben passieren kann, dass die Farbe vielleicht eine Nuance heller, dünkler, grüner, gelber, was weiß ich, ist. Natürlich schauen die Färber, dass das nicht passiert, aber es kann leider passieren. Und wenn man jetzt einen unifarbenen Pullover hat und man nimmt dann einfach die nächste, das fängt das nächste Knäudel an, dann kann es sein, dass man richtig eine Kante sieht, weil eben die zwei Farben zwar dieselben sein sollten, aber eben leider nicht sind. Ja, meine Projekte auf den Nadeln. Ich habe mein Uma-Cape fertig gestrickt. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt hier zeigen. Ich muss das einmal in die richtige Position bringen. Und zwar, tada, das ist jetzt die kurze Version, wobei die kurze Version bei mir knapp über dem Knie aufhört. Also ich finde das ein superschönes Strickprojekt. Ich habe es auch schon tragen können. Also es ist bei uns, im Moment geht es wieder nicht, es war jetzt die letzten Tage bewölkt und ungefähr zehn Grad. Da braucht es dann schon eine, sage ich, normale Jacke. Aber wir hatten die letzten Wochen teilweise 17, 18, 19 Grad mit Sonnenschein. Und da ist es ganz toll. Da hatte ich einfach ein T-Shirt an, ein langärmliches und das Uma-Cap drüber. Und es hat super gepasst. Also ich liebe es, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Und es hat eben die angenehmen Temperaturen. Und da ja jetzt der Frühling kommt, sollte das kein Thema sein, dass ich das demnächst wieder öfter tragen werde. Also es wird von oben nach unten gestrickt. Und es werden dann hier Maschen aufgenommen. Und dadurch entsteht so ein kleiner Überschlag. Und auch die Details bei den Ärmeln. Also dieses Bündchen hier wird im Nachhinein angestrickt. Aber zum Beispiel innen, ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt da zeigen kann, da ist ein kleines V drinnen. Also das ist ein super schönes Detail. Auch bei dieser Anleitung, die habe ich mir vorher durchgelesen und habe mir gedacht, nie im Leben schaffst du das. Aber es ist wieder ein ganz tolles, einfaches Strickprojekt. Ich werde das Uma-Cape noch einmal stricken. Naja, das Uma-Cape ist von, ich habe da unten einen kleinen Schumelzettel, deswegen das muss ich ablesen, weil ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. AE-Gyonit oder E-Gyonit. Ich verlinke es euch auf jeden Fall. So wie alle anderen Strickanleitungen, die ich euch hier vorstelle und welche Wolle ich verwende, unten in der Beschreibung. Da könnt ihr dann gerne nachschauen und das nachlesen. Ja, ich möchte es noch einmal stricken. Aber ich habe schon eine kleine Veränderung, die ich machen werde. Und zwar da vorne dieser Rand, also diese Kante hier, da möchte ich so wie da unten im Rippmuster, dass man da vorne quasi auch eine Leiste Rippmuster hat. Die ersten, weiß ich nicht, sieben, acht Maschen. Ich meine, mir gefällt es so auch, aber ich denke, dass es vielleicht noch ein bisschen stabiler ist, weil es wälzt sich sehr. Also die Länge ist immer ein bisschen, es ist jetzt keine gerade Kante, sondern es ist ein bisschen, wälzt sich ein bisschen, ich kann es nicht genauer erklären. Und ich denke mir, wenn ich das im Rippenmuster stricken würde, die ersten zehn Maschen je innen und außen, dann hat das ein bisschen mehr Festigkeit. Und ja, ganz tolles Strickprojekt. Wolle, die ich dazu verwendet habe, war wieder die Drops. Dieses Mal die Drops Nord in der Farbe 4. Die hat 45 Prozent Alpaka, 30 Prozent Polyamid und 25 Prozent Wolle. Ja, wie viel sehe ich jetzt da gar nicht? Oh ja, 50 Gramm sind 170 Meter und ich habe sie gemeinsam gehalten, also zusammen mit der Drops Kit Silk in der Farbe 10. Also das ist 75 Prozent Mohair und 75 Prozent Mohair und 25 Prozent Seide. Also diese beiden. Ihr seht, wenn ich Wolle nehme, ich mache mir immer ein kleines Muster, also ein bisschen Faden, wirklich mir hier bei diesen Schleifen. Ich sammle alle diese Schleifen, die ich da so im Laufe des Jahres verstricke. Ich habe da ein großes Glas, das ist, muss ich sagen, schon ziemlich voll. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schleife heraus sehe und ich lese dann nur zum Beispiel hier Farbe 4. Keine Ahnung, was Farbe 4 ist. Wenn jetzt zum Beispiel steht Light Grey oder Hellgrau, hätte ich wieder eine Vorstellung und deswegen mache ich auch immer ein bisschen ein Muster dazu, damit ich auch vom Gefühl her sehe, wie dick ist die Wolle, wie dick war sie, faserig oder nicht faserig und so weiter. Also das ist etwas, was ich bei allen meinen Wollen mache. Ja, mein fertiges Projekt. Ich wollte euch Bilder machen, wo ich den Uma Cape anhabe, um euch zu zeigen, wie er ausschaut. Aber ja, heute der erste Tag wieder, wo halbwegs Sonne ist. Die letzten Tage war furchtbar windig bei uns. Also bei uns war ein Sturm bis 100 kmh. Es war zwar nicht kalt von den Temperaturen her, 10, 12 Grad. Das wäre okay gewesen. Aber der Wind ist bei uns dann immer supereisig. Also ich wohne ganz im Osten von Österreichs, im Burgenland. Da gibt es keine Berge. Das heißt, der Wind kann da schön ungehundert durchziehen, was er auch, ich glaube, an 340 Tagen im Jahr macht. Also es ist ganz selten, dass bei uns kein Wind geht oder zumindest kein Lüftchen weht. Das ist immer bei mir das erste in der Früh, wenn ich wach werde, schaue ich aus dem Fenster vor meinem Haus. Bewegen sich die Bäume? Geht ein Wind? Ja oder nein? Und wenn das einmal nicht der Fall ist, dann ist die Freude umso größer. Weil, wie gesagt, das kommt bei uns hier ganz, 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 ganz selten vor. So, weiter geht es. Und zwar mit Projekten, die ich stricken möchte. Also der Slanting Slipover ist bald fertig und ich habe schon überlegt, welches Projekt ich dann als nächstes anschlagen werde. Und dazu habe ich mir Strickproben gemacht, damit ich sehe, ob die Maschen passen. Und auch normalerweise wird dieses, also ich sage einmal, welches Projekt ich stricken möchte. Und zwar ist das der Amorswetter von Anke Strick. Ich verlinke euch hier ein Bild. Ich zeige euch, wie der ausschaut. Wie gesagt, ich habe noch nicht angefangen zu stricken. Der wird mit, sage ich jetzt, normaler Wolle gestrickt. Und ich bin im Moment von dieser Mohair Beigabe beim Stricken so fasziniert, dass ich mir überlegt habe, den zweifärbig zu stricken. Ja, zweifärbig, weil ich möchte das Mohair in einer anderen Farbe haben, wie die Wolle selber. Und zwar habe ich mir da von Knitting for Olive ein paar, ich sage jetzt mal, Muster bestellt. Also ich verwende sie dann auch natürlich für den Pullover. Und zwar, es hat runtergefallen, waren das diese, diese drei Farben als Wolle. Ich sage euch dann gleich, welche Farben es sich da handelt. Und dann habe ich mir hier dieses Silk dazu gekauft. Ich zeige euch gleich die Strickproben, weil ich die eben gemeinsam verwendet habe, zusammen in verschiedenen Kombinationen. Und zwar habe ich, ach, da ist jetzt ein, da ist es. Also dieses Knitting for Olive, diese Farbe hier, die kennt ihr schon, das ist die Farbe Merino. Hoppala, ich zeige es euch. Wie gesagt, wieder hier dieses kleine Muster, damit ich das sehe. Die Farbe Merino, damit habe ich schon von Petite Knit eine Haube gestrickt. Und mir gefällt die Farbe supergut. Und ich habe, ich habe mir gedacht, ich gebe sie zusammen mit der, da habe ich leider das, das, die Masche verloren. Das ist die Knitting for Olive, Knitting for Olive Soft Silk Mohair in der Farbe Hokkaido. Also diese zwei Farben habe ich zusammen verstrickt. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Also das ist die Merino zweifädig und dazu ein Faden von der Mohair. Und das Ganze ergibt dann dieses Muster. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses zweifärbige Stricken dazu beiträgt, das Muster zu erkennen. Ich fürchte, dass das Muster ein bisschen untergeht. Aber vielleicht ist das jetzt auch einfach zu klein, dieses Fleckerl. Weil ich zeige euch den Pullover noch einmal. Man sieht bei dem Pullover richtig schön. Also es schaut aus, als wären das so kleine Zopfmuster, finde ich. Und irgendwie kommt das hier bei mir nicht so zur Geltung. Also ich werde noch einmal eine Probe stricken, wo ich das nur einfärbig mache mit der Flamingo. Damit ich sehe, ob das einen Unterschied macht. Weil das einfach vielleicht zu unruhig ist, dass dieses Orange da ein bisschen zu sehr ablenkt vom Muster. Ja, mal schauen. Die zweite Strickprobe, die ich gemacht habe, sind diese zwei Farben. Und zwar ist das, nachdem ich das jetzt da auseinanderfriere, die Knitting for Olive Merino in der Farbe Dusty Aqua Nr. 97269. Und die Soft Silk Mohair ist die Farbe Quince 48280. Und diese Farbkombination gefällt mir super gut. Und zwar sieht das Ergebnis so aus. Also wenn ich diesen Pullover zweifärbig stricke, werde ich wahrscheinlich diese Farbkombination vorziehen. Jetzt nicht, weil sie mir besser gefällt. Ich finde diese hier auch ganz toll. Aber für die, zeige ich euch dann gleich, habe ich schon ein anderes Strickprojekt gefunden, das ich in dieser Farbkombination stricken werde. Und ich weiß nicht, ich finde man, das Muster kommt auch hier nicht ganz so raus, wie es sein sollte. Wie gesagt, ich werde auch hier noch einmal eine Probe stricken, wo ich das Gelb weglasse, damit ich sehe, ob man das Muster dann besser erkennt. Und wenn ja, dann vielleicht einfach, weil mir dieses Mohairige dazu gefällt, dass ich das einfach Ton in Ton mache. Also dieses Graublau mit dem graublauen Mohair dazu. Ich muss sagen, was mir bei Knitting for Olive sehr gut gefällt, ist, dass es wunderschöne Farben gibt in ganz subtilen Abstufungen. Das Mohair gibt es jetzt nicht in allen eins zu eins. Aber wenn ihr ihnen auf Instagram zum Beispiel folgt, ich verlinke euch unten das Profil. Sie sind im Moment gerade dabei, so Strickproben zu machen, wo sie zum Beispiel dieses Flamingo hernehmen. Also sie machen jetzt nicht so wilde Strickproben wie ich hier, dass ich jetzt das Rosa dazugebe oder das Ding. Aber zum Beispiel dieses Flamingo und dann nehmen sie einfach, ich glaube, fünf oder sechs Mohair Töne, die eben zu diesem passend sind. Machen Strickproben und man sieht dann eben, wie sich die Farbe verändert, wenn man diese Grundfarbe nimmt, aber dann ein andersfärbiges Mohair dazu. Und das finde ich super toll. Ja, und deswegen, ich liebe diese Wolle. Knitting for Olive. Ja, das wäre der Amorswetter von Anke Strick. Also ein Musterl habe ich noch, das habe ich euch jetzt voreinhalten. Oh, das ist darunter gefallen. Genau. Und zwar habe ich dann noch, eigentlich wollte ich diese, also entweder diese Kombi oder diese Kombi verwenden. Wobei mir aber diese Kombi nicht so gut gefallen hat. Deswegen ist es diese hier geworden. Aber damit diese jetzt nicht umsonst ist, habe ich sie einfach zusammen mit der hier gepaart. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz tolle Kombination. Und diese Kombination sieht dann auch wieder mit dem Muster vom Amorswetter so aus. So, ich fange jetzt zum dritten Mal an, das Ende von diesem Video zu drehen. Das erste Mal war der Speicherplatz der Karte voll und hat das Video gestoppt. Ich habe dann alles gespeichert. Neuen Akku hinein. Sicher ist sicher. Die Karte wieder hinein. Auf Aufnahme gedrückt. Schön weiter geplaudert. Nach fünf Minuten hat es mir das Ganze wieder ausgeschalten. Ich habe natürlich vergessen, die Karte zu formatieren. Ja, so. Karte ist jetzt formatiert. Akku ist voll. Jetzt sollte ich das Ende von diesem Video drehen können. Also wir waren hier bei diesem Muster, glaube ich, stehen geblieben. Das ist eben die, diese Taubengrau nennt sich das und Hokkaido gemeinsam. Eigentlich wollte ich diese mit die zwei zusammenstricken. Aber ich finde, irgendwie passen die nicht so gut wie diese. Die sind zwar eher kühler, diese beiden, finde ich besser beisammen. Und das Blaue ist mir ein bisschen zu warm. Deswegen habe ich es dann mit diesem Hokkaido kombiniert. Was dann diese Farbkombination ergibt, finde ich auch spannend. Vielleicht wird irgendwann einmal ein Projekt gefunden, wo ich diese Farbkombination verwende. Also ich bin echt begeistert davon, jetzt nicht Ton in Ton dieses Mohair mit der Merino zu verwenden, mit der Hauptwolle. Sondern eben wirklich wildeste Farbkombinationen auszuprobieren. Das gefallen mir sehr gut. Ich zeige euch noch einmal alle drei dieser, die ich da gestrickt habe. Also diese drei Farbkombinationen sind das. Ich finde auch die Rückseite von diesem Muster sehr spannend, muss ich sagen. Also hat auch etwas. Könnte man auch einmal in einem Strickstück verwenden. So, wie gesagt, habe ich mich für diese Farbkombi entschieden. Also entweder diese Farbkombination oder eben dieses Grau-Stahl-Blau mit einem Farb-in-Farb-Mohair gepaart, damit ich sehe, ob dann dieses Muster besser zur Geltung kommt. Wenn das Ton in Ton ist und nicht eben so, ich sage jetzt einmal, wild mit diesem Gelb unterbrochen ist. Wobei ich diese natürlich auch super schön finde. Aber diese Kombination werde ich verwenden für den Jella Weste. Das ist aus dem Lain Nr. 20. Das ist die Frühlingsausgabe 2024. Da habe ich mir ein Abo geholt, weil da finde ich immer ganz tolle Sachen drinnen. Und zwar sieht dieser Pullover so aus. Und ich finde diese Farbkombi natürlich ganz toll. Also mir hat diese Farbe gleich von Anfang an gefallen und auch das Muster. Und diese Farbkombi hat mich gleich an diesen Pullover erinnert. Und ich habe auch schon ein Muster dazu gestrickt, beziehungsweise drei Muster. Und zwar einmal dieses hier. Und ich habe es dann gestrickt, um zu sehen, wie es von der Farbkombination her ist. Ich weiß nicht, ob mir das nicht ein bisschen zu orange ist. Also da habe ich das Flamingo Merino nur einfädig genommen. Also einfädig und einfädig das Mohair mit der Wolle. Hier habe ich ja zweifädig. Und ich finde schon, dass es einen großen Unterschied macht. Also das dichtere Gewebe ist viel mehr ins Rosane, was mir viel besser gefällt. Also auf der Seite, wo jetzt meine Hand hier ist. Wobei ich das hier auch sehr schön finde. Aber ich glaube, ich hätte es lieber mehr ins Pinke als in dieses Orange. Vielleicht eben auch, dass ich es Ton in Ton mit einem passenden Mohair stricke. Also ich habe die Maschenprobe gemacht mit viereinhalb Nadeln, wie es in der Anleitung steht. Ich muss dazu sagen, die Merino Wolle ist leider ein bisschen zu dünn für diese. Ich glaube, es wird 100 Gramm 400 Meter vorgeschlagen für dieses Strickstück. Und diese Merino hat aber 100 Gramm 500 Meter. Also sie ist um einiges dünner. Und ich habe es eben mit den viereinhalb Nadeln gestrickt, wie es in der Anleitung steht. Und hatte aber zu viele Maschen. Also ich habe jetzt nur ein Dreieck, wo ich 5 x 5 cm ausmessen kann. Und auf diese 5 x 5 cm habe ich hier mit dieser Strick mit den viereinhalb Nadeln 8,5 Maschen. Also 17 Maschen für die Maschenprobe. Und ich bräuchte 15 Maschen. Und ich habe dann einen Denkfehler gemacht und habe mir gedacht, ich brauche weniger Maschen. Also nehme ich eine weniger hohe Nadelstärke. Also eine kleinere Nadelstärke. Habe dann das Ganze mit vierer Nadeln gestrickt. Wobei zwischen 4 und 5 ist nicht wirklich ein Unterschied. Habe ich genauso diese 8,5 Maschen auf die 5 cm. Also 17 Maschen auf 10 cm. Und dann bin ich noch einmal eine halbe Nadelstärke runtergegangen auf 3er Nadeln. Oder 3,5. Nein, ich glaube sogar 3er Nadeln habe ich verwendet. Und habe das dann mit dieser Kombi gemacht, weil mir das Falmingo da leider ausgegangen ist. Und ich wollte das neue Knäuel nicht anreißen. Und habe das dann geblockt und gemessen und mich dann gewundert, wieso ich da plötzlich 10 Maschen habe. Also 20 auf die 10 cm. Und dann ist mir der Denkfehler gleich bewusst geworden, ich muss nicht kleinere Nadeln nehmen, sondern theoretisch muss ich größere Nadeln nehmen, damit ich größere Maschen habe. Sprich auf die Zentimeter weniger Maschen. Aber ich werde jetzt bei der Nadelstärke, bei der mittleren, also ich werde bei der 3, bei der 4er Nadelstärke bleiben. Und ich habe mir ausgerechnet, wie viele Maschen ich da auf 1 cm habe. Und mir den Umfang der fertigen Weste hergenommen, eben durch die Maschenanzahl auf die 1 cm dividiert. bzw. die 1,8, was bei mir rausgekommen ist, mit dem Umfang multipliziert. Und ergibt genau die Maschenanzahl für eine andere Größe. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich da, also wenn ich diese größere Größe anschlage, dass ich dann eigentlich, wenn ich eben mehr Maschen habe, dass ich dann auf das Passende komme, dass es mir dann passt. Von der Länge her, mir ist es immer wichtiger, dass es von der Breite her, sage ich jetzt einmal, passt. Weil die Länge kann man ja immer variieren. Also wenn ich jetzt dann zum Beispiel die Ärmeln, wenn sie mir rundherum passen, die Länge kann ich dann, ich muss ja dann nicht nach Anleitung, wenn da steht 50 Wiederholungen und ich habe dann so lange Ärmeln, sondern ich könnte dann theoretisch früher aufhören zu stricken, wenn jetzt nicht gerade Zunahme oder Abnahme ist, bzw. das schaue ich mir dann immer vorher an. Wir sehen, wie das ist. Ja, also das wird dann in dieser Farbkombination der Schummelzettel ist umgefallen. Jiella, das ist ganz schwierig auszusprechen. Das ist finnisch, bzw. ein finnischer Dialekt. Ich habe das gegoogelt. Das ist ein finnischer Dialekt, den anscheinend nur mehr, ich glaube jetzt weiß ich nicht, 300 Leute sprechen. Und bedeutet übersetzt Favorit. Jiella von Susanna Kartinen. Diese Anleitung gibt es leider nur in diesem Heft. Also wer den Pullover nachstricken möchte, muss oder sollte sich dieses Heft kaufen. Kann ich aber jedem nur empfehlen. Also sie sind ganz toll. Es ist jetzt nicht nur ums Stricken, sondern es sind noch ein paar Geschichten dahinter drinnen. Und ich finde es auch ganz toll. Es sind auch Rezepte drinnen. Ganz toll gemacht. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, dieses Strickheft zu kaufen. Ich glaube, es kommt vier- oder fünfmal im Jahr raus und wird mir dann automatisch zugeschickt, weil ich eben ein Abo abgeschlossen habe. Ja, und das war es von meiner Seite in dieser Juhu 10. Episode Jubiläum. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich euch gezeigt habe, was ich euch erzählt habe. Vielleicht war Neues dabei, was ihr noch nicht gekannt habt. Würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren hinterlasst, wobei ich euch begleite, während ihr mein Video schaut. Ich habe unter meinem letzten Video einen Kommentar gehabt. Ich habe jetzt den Namen leider nicht gemerkt, aber ich habe sie mit meinem Nurtured Sweater angesteckt. Ich habe den jetzt anscheinend so oft, erfolgreich so oft in meinen Videos erwähnt, dass sie den nun auch stricken möchte, was ich ganz toll finde. Mich freut es, wenn ich andere inspiriere, etwas auszuprobieren, was sie vielleicht noch nicht kennen oder gekannt haben. Ja, gerne dürft ihr mir auch schreiben, was euch an dem Video gefallen hat. Aber auch, falls ihr irgendwelche Kritik habt, was ich besser machen könnte, oder worüber ich gerne mehr erzählen sollte, was ihr gerne hören wollt. Mein Webrahmen hinten steht unbenutzt weiter da. Ich bin am überlegen, ob ich ihn nicht verkaufe, weil das Weben macht mir nicht so viel Freude wie das Stricken und das Spinnen. Mein Spinnrad hier hinten steht im Moment auch. Also es sind zwar Fasern oben, aber ich spinne im Moment nicht. Da muss ich auch in der richtigen Stimmung sein. Ich bin im Moment wieder voll auf Stricken eingekippt oder wie sagt man? Eingekippt? Nein. Ich stricke im Moment viel lieber. Auch das Häkeln. Ich habe euch in einem anderen Video, ich verlinke es euch hier oben, meine Temperaturdecke gezeigt, die ich angefangen habe. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich Ende Jänner aufgehört habe, diese kleinen Hexagone zu häkeln. Ich notiere mir zwar jeden Tag immer die Temperaturen brav weiter, aber ich weiß nicht, das Häkeln macht mir auch nicht wirklich Freude. Ich wollte es jetzt schon meiner Tochter weitergeben, die nämlich lieber häkelt als strickt, aber irgendwie ist sie da auf dieses Angebot nicht angesprungen, dass sie mir diese Decke macht. Vielleicht auch deswegen, weil ich gesagt habe, ich hätte die Decke dann gerne, wenn sie fertig ist nächstes Jahr. Ich glaube, sie würde sie lieber gerne selber behalten vielleicht, was sie natürlich dann auch kann. Vielleicht überkommt mich ja noch einmal das Häkelfieber und ich setze mich wirklich hin und häkle diese Hexagone weiter, weil es ist wirklich eine schöne Decke. Ich verlinke sie euch hier, damit ihr seht, wovon ich spreche, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr mein Video anschaut. Ich freue mich über jedes Like, das ihr hinterlasst, jeden Kommentar, den ihr mir gebt und würde mich natürlich freuen, wenn euch meine Videos gefallen, dass ihr auch meine anderen Episoden vielleicht anschaut beziehungsweise mir ein Abo, meinen Kanal abonniert, damit ihr keine zukünftigen Folgen versäumt. Ich lade meine Videos immer 14-tägig hoch, freitags um 13 Uhr. Ja, mehr gibt es glaube ich nicht zu sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!